Hey, ich bin Skali Rösler, ich bin 19 Jahre alt und mache meine Ausbildung bei Jeans Pritz. Ich wollte schon immer mit Menschen zusammenarbeiten, deswegen habe ich die Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen. Es macht mir sehr viel Spaß mit dem Kunden zu arbeiten und ihn zu beraten, so dass er am Ende glücklich und zufrieden nach Hause gehen kann. Zu meinen täglichen Aufgaben gehört die Kundenbedienungen sowie die Gestaltung von Schaufenstern und Wänden. Wir bekommen einmal in der Woche neue Ware, die wir dann in die Filiale mit einbauen. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball, mache aber auch gerne Musik und bin DJ. Ich habe zweimal die Woche Berufsschule. Montags habe ich sechs Stunden und mittwochs acht Stunden. Zu meinen Lieblingsfächern gehören Deutsch, Englisch und die Schaufenstergestaltung. Besonders gut an meiner Ausbildung gefallen mir die abwechslungsreichen Aufgaben. Es ist nie langweilig und ich habe ein tolles Team.